Wolltest du sagen, du bist gerade voll oder wie ist es? Äh, wer sind sie? Hallo Freunde, bevor das Video losgeht, wollte ich mich ganz kurz bei euch bedanken für das Feedback auf die letzten Videos. Es freut mich unglaublich zu sehen, wie gut die Videos ankommen und ja. Das hier ist allerdings aber kein normales Video, das hier ist quasi so eine Art Outtake-Video. Alle Sachen, die es nicht reingeschafft haben in den normalen Vlog, landen hier. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Freunde, das hier ist unser Whip für heute. Der gute alte Astra F-Junge. Wie viel PS hat der? Ich glaube, 71 tatsächlich. Also ich würde aufpassen, kann dann, dass du in den 70 gedrückt wirst. Ja, okay. Ich habe ein bisschen Angst, sage ich ehrlich, Digga. Nee, alles gut, wir haben hier den Schutzengel. Okay. Digga, aber mit Haltung, Junge. Pass auf, pass auf, gleich kommt richtig High-Tech, okay? Was kommt da jetzt? Pass auf. Yo! Yo! Das ist High-Tech, oder? Ist krass. Kommt das gut bei den Girls? Ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Okay. Hey, ganz kurz, ganz kurz, Bro, bist du nicht TikToker? Yo, 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 was rockst du heute, Alter? Yo, yo, was rockst du heute? Ananasquad-Herstalls. Hey, ich habe gestern eine 10, na, sagen Sie 9 von 5. Ich habe mit einer 9,5 von 10 geschrieben auf Tinder gestern, habe gematcht. Wir schreiben auf Instagram, ja? Alles cool, vibe ist da. Ich hatte das Gefühl, es kommt noch ein richtig krankes Aber. Bro, es kommt ein richtig krankes Aber. Aber ich kann es nicht, es ist eine Red Flag eigentlich. Ich kriege eine Sprachmemo. Bist du nicht der Typ von was rockst du heute? Bro! Ich kann es nicht machen. Ich habe ihn geschenkt gestern. Übelste Dosenöffner. Bro, ich habe noch nicht geguckt, aber ich habe irgendwas an meinem Auto gerade gefickt. Echt? Ich glaube schon. Oh, shit! Warte mal, das hier sieht nicht so gut aus. Hier? Ja. Und ich glaube, das Ding sollte auch nicht abgerissen sein, oder? Na, das sieht ganz gut aus. Also, hey, das ist kaputt. Aber das sieht man ja nicht. Bro, dein Auto sieht auch nicht so geil aus. Hier hast du auch irgendwas gefickt. Vorne, vorne, rechts, hinten, links, Kofferraum. Jede Felge. Das Auto ist Schrott. Scheiße, wir machen ja YouTube. Ah, stimmt. Das kann nur besser werden. Content! Bro, willst du was Satisfyendes sehen? Pass auf, zieh das hier rein, ist ja ziemlich knapp hier. Ist der eine Tür aus Carbon? Ja. Ich mache YouTube. Kannst du eine Karikatur malen von Dominik? Ja, Entschuldigung. Kannst du Dominik so ein geisteskrankes Arschkin malen? Nein. Mach mal ohne den Hoden, dann kann ich das posen. Stabile Augenkriege, Bro. Ich habe eine Nacht mal ein bisschen wenig geschlafen. Was ist das da? Warum ist hier eine Seite so? Was? Die Fresse einfach. Ich mache es immer. Digga, hier ist einfach ein Helikopter im Haus. What the fuck, Alter. Er nervt mal, er produziert auch so. Bro, er nervt so hart, Digga, ich schwöre. Ja, jetzt ist das Sack die Sau. Oh, wegen dem, wegen der Pflamse. Oh nein. Digga, er denkt, es ist doch Free Ride oder Free Uber. Einfach öffentlicher Personennahverkehr, wie aufs Haus. Schreibt jetzt die Kommentare, ob ihr schafft. Und dann schreibt ihr, was euer Lieblingsapfel ist. Wir lesen alle Kommentare, Digga. In jedem Herz, auf jedem Kommentar. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Rare Moment. Das ist der größte Bit im Vlog ever. Oh mein Gott, he did it. Let's go. Ach du Scheiße, Digga. Ich bin so voll. Ey, ein Song, allein, allein, von Polarkreis. Oh mein Gott, ja. Bruder, wir sitzen im selben Boot. Sorry, Entschuldigung. Wir sind allein, allein. Der arme Fahrer. Wir sind allein, 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 allein. Hier in dem Plan habe ich mal einen Backblatt gekauft. So ein Orion. Bruder, wir gehen jetzt in die Arcade Halle. Oh Mann, Alter. Jungs, kurze Frage, habt ihr einen Plan, was ihr da macht? Nein. JD, wir machen jetzt nur 1v1. Und der Verlierer lässt sich die Beide waxen. Von mir, von mir. Nein. Perfekt, das ist das perfekte Jens-Gemäck-Karten. Oh, oh. Oh, oh. Bro, wir sehen uns morgen im Büro, habe ich gehört. Morgen ist Samstag. 3, 2, 1, go. Ist natürlich nicht wie gesagt. Oh Mann, mein Gott. All the crazy shit I did tonight. So, wir müssen jetzt den Vlog hier beenden, weil wir müssen jetzt hier in einem wichtigen Business Call hoppen. Bis später, Besties. Verabschiede dich vom Vlog. Et, tschüss. Ho, ho, ho. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.